Die für den KMU-Markt entwickelte Rich Communication Edition von Extended Communication Server erhöht die Effizienz durch Anwendungen für mobile Mitarbeiter. Es werden Interaktionen für eine höhere Geschäftskontinuität ermöglicht. Mit einer flexiblen und vielseitigen Anwendungssuite wird die Kommunikation zwischen wichtigen Ressourcen der Organisation verbessert, sodass Informationen weitergegeben, Fragen gestellt und Geschäftsprozesse verkürzt werden können. Diese Edition von Extended Communication Server ist dafür ausgelegt, die Interaktionen zwischen allen beteiligten Parteien in der Organisation zu fördern, die Benutzererfahrung zu verbessern, den Informationsfluss zu vereinfachen und Aufgaben schneller und intelligenter zu erledigen. Die Rich Communication Edition ermöglicht den Zugriff auf Mitteilungen über viele Geräte wie mobile Geräte und moderne Desktop-Endgeräte und bietet ein Webportal. Dies verbessert die Kommunikation jederzeit, überall und mit einer Vielzahl von Geräten, sodass sichergestellt wird, dass Mitarbeiter die für die Geschäftskontinuität erforderlichen Informationen austauschen können. Diese Anwendungen sind für die Vereinfachung der Kommunikation ausgelegt und bieten Funktionen wie Echtzeitpräsenz, Bodylisten mit Ihren bevorzugten Kontakten, ein Protokoll für alle Ihre Instant-Message-Unterhaltungen und Telefongespräche sowie ein Webportal für den Zugriff auf Ihr Schreibtischtelefon. Sie können die Rufumleitungs- und Voicemail-Einstellungen Ihres Bürotelefons sowohl am Schreibtisch als auch unterwegs ändern. Außerdem haben Sie Zugriff auf Unified-Messaging-Funktionen. So können Sie festlegen, dass Sie beim Eingehen einer Sprachnachricht per E-Mail benachrichtigt werden und eine Kopie der Nachricht erhalten. Selbstverständlich ist auch ein webbasierter Instant-Messaging-Chat verfügbar. Mit dem Telefongespräche gesteuert und Funktionen zum Weiterleiten, Halten oder Beenden laufender Sprachanrufe aufgerufen werden können. Sie können Ihre Präsenzeinstellungen konfigurieren und festlegen, wie Ihr Status für andere Benutzer angezeigt wird. Außerdem können Sie Einstellungen für Ihr Schreibtischtelefon festlegen, einschließlich Einstellungen für die Rufumleitung. In diesem Beispiel ist Musa mit dem System verbunden. Einer seiner Kontakte, John, meldet sich an. Johns Status wird in Musas Web-Client-Fenster aktualisiert. Musa kann auf seinem Bildschirm auf Johns Eintrag klicken und ein Menü mit den verfügbaren Kommunikationsoptionen öffnen. Musa beginnt einen IM-Chat mit John. John beantwortet die IM-Mitteilung, aber er ist zurzeit nicht verfügbar. Hier können Musa und John Informationen austauschen und John kann Musa ohne Unterbrechung seiner Arbeit mitteilen, dass er zurzeit beschäftigt ist, aber ihn zu einem späteren Zeitpunkt anrufen wird. Einfache und komfortable Kommunikation. Auf der Kommunikationsregisterkarte werden eingehende Mitteilungen hervorgehoben, sodass problemlos mit mehreren gleichzeitigen IM-Chats und Anrufen gearbeitet werden kann. John hat nun Zeit und ruft Musa zurück. Musa kann in einem Pop-up-Web-Fenster auf Optionen zum Umgang mit dem eingehenden Anruf zurückgreifen. Er kann den Anruf per Mausklick annehmen und mit seinem Festnetztelefon mit John sprechen. Während des Anrufs kann Musa Optionen zum Übergeben oder Halten des Gesprächs aufrufen, und zwar unabhängig von seinem Aufenthaltsort, im Büro, zu Hause oder am Handy und unabhängig von den Funktionen des Telefons. Er kann die umfangreichen MCC-Funktionen selbst mit einem einfachen privaten Analog-Telefon nutzen. Er kann das Gespräch sogar über den Web-Client beenden. Für mobile Benutzer ist sogar eine iPhone-Version von MCC verfügbar. Hierbei handelt es sich um eine App, die im App-Store heruntergeladen werden kann. MCC iPhone bietet sowohl Zugriff auf die lokalen Kontakte, die in dem iPhone des Benutzers gespeichert sind, als auch auf das Unternehmensverzeichnis, das auf dem ECS gespeichert ist. Mit der App kann Paul auch Anrufe vom Büro austätigen, aber mit seinem iPhone abnehmen. Und er kann eine Buddy-Liste erstellen, die seine bevorzugten Kontakte enthält. Er kann Präsenzinformationen zu seinen Kontakten anzeigen und sehen, ob sie beim System angemeldet und telefonisch erreichbar sind. Die Benutzeroberfläche von MCC iPhone bietet Paul die gleichen Möglichkeiten wie sein Festnetztelefon. Die App ermöglicht Rufumleitungen, Voicemail-Einstellungen und die Personal Assistant-Konfiguration. Auch die lokale Konfiguration der App kann geändert werden. Diese App ist ein Produktivitätstool. Es vereinfacht die Kommunikation und bietet unterwegs Zugriff auf E-Mail und Kalenderkonten des Unternehmens. Außerdem sind erweiterte Funktionen für laufende Gespräche verfügbar. Wenn Paul unterwegs ist, kann er problemlos auf seine Homepage zugreifen. Er kann auf Telefondienste zugreifen, die Rufumleitung deaktivieren, einen Kontakt aus seinem Verzeichnis auswählen und die Nummer der anzurufenden Person wählen. Jetzt kann er in seiner Bodyliste seine bevorzugten Kontakte anzeigen. Er kann die Präsenzdetails der Kontakte anzeigen, sodass er sieht, ob sie am Telefon oder verfügbar sind. Und er kann einen Anruf mit einem zweiten Kontakt tätigen. Der erste Anruf wird automatisch gehalten. Mit Funktionen für laufende Gespräche können beide Anrufe einfach verwaltet werden. Und sie können problemlos zu einer Konferenz verbunden werden. Mit der App MCC iPhone können Telearbeiter auf Funktionen und Anwendungen zugreifen, mit denen sie auch unterwegs stets effizient arbeiten können. MCC bietet auch einen Applikationstelefon-basierten Client, sodass ein einheitliches Funktionsangebot für den erweiterten MyIC Touch Handapparat bereitgestellt wird.